Germanis ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt sechs Kilometer südwestlich des Stadtzentrums von Jabloneznet-Nissu und gehört zum Okres-Liberek. Geografie Germanis befindet sich im Teil des Neiße-Zuflusses Germanik-Ipotok bzw. Bajarski-Potok im Jeschken-Gebirge. Das Dorf liegt an der Wasserscheide zwischen der Lausitzer Neiße und der Djezira. Im Südwesten erhebt sich der Jawornik, im Nordosten der Hiranitschnik und im Norden der Zesarski-Kammen, benannt nach dem österreichischen Kaiser Josef II., an dessen waldreicher Berg Lene Köhler Holzkohle herstellten und sich der Ortsteil Melire bildete. Nachbarorte sind Fiebig, Hornipotlesi und V. Ratislavi-Zenadnissu im Norden, Melire im Nordosten, Ratloh und Tulanki im Osten, Ritweltes, Pelikowitsche und Rychnowu-Jablonsnadnissu im Südosten, Bursen und Zaskali im Süden, Zetearek im Südwesten, Jawornik im Westen sowie Deluhümost im Nordwesten, Geschichte. Um das Jahr 1300 bestand eine Ansiedlung, die unter dem Ortsnamen Germanis in den Aufzeichnungen der böhmischen Landtafel als Besitz des Schlosses Rabenstein in Eichar in Nordböhmen erwähnt wird. Die erste gesicherte Erwähnung des zur Grundherrschaft Eichar gehörigen Dorfes erfolgte im Jahre 1543. Zu dieser Zeit bestand der nach einem Lokator benannte Ort aus 18 Bauernhöfen. Angelegt wurde Germanis an einem Pass über das Jeschkengebirge der von der Lausitzer Neiße entlang des Grenzwassers und des Bayerbaches zur Mohelker führte. Im Urbadeherrschaft Eichar von 1547 hatte das Dorf Schermannitz einen Dorfrichter. 15 Bauern wirtschaften und sechs Häusler und veränderte sich in der Größe bis 1647 nur unwesentlich. Bis 1848 nahm die Anzahl der Bewohner zu und der Umfang der bäuerlichen Hofe verkleinerte sich zu Gärtlerwirtschaften. Im Laufe seiner Geschichte gehörte das Dorf zur Vereinigten Herrschaft Eichar Friedstein und seit 1820 zur Herrschaft Svillan, welche im Jahr 1820 von Fürst Charles Alediro an auf Schloss Sichrof gekauft und mit der Herrschaft Sichrof vereinigt wurde. Am 5. Juli 1636 zur Zeit der Rekatholisierung in Wöhmen und während des Dreißigjährigen Krieges kam die Herrschaft Wöhmisch Eichar und Friedstein durch kaiserlichen Schenkungsbrief an den General der kroatischen Reiter Johann Ludwig Hector von Isolany, welcher den Großgrundbesitz mit den untertänigen Orten und deren Einkünfte an Unterhauptlaute seiner Heeresgruppe als Lehngüter weitergab. Das Gut Siebendörfel, der spätere Ortdörfel bei Lieberetsch, in welchem das Dorf Jerschmanitz lag, erhielt Johann Reinhardt von Heister aus einer nobilitierten Familie aus Niederösterreich stammend für die Summe von 9000 Gulden und wurde in Reichenberg ansässig, um das nach dem Dreißigjährigen Krieg entvölkerte, verarmte und von solchen geplagte Gut Siebendörfel wieder zu beleben. Er ließ Johann von Heister einen Freibrief. Dieser Heister-Chef-Freibrief am 13. März 1651 in die Landtafel eingetragen. Gewährte katholischen Ansiedlern gegen eine mäßige Geldzahlung Privilegien, die sie woanders nicht hatten. Der Robotdienst mit Hand- und Spanndiensten entfiel und die Gewerbefreiheit wurde erweitert. Die App Untertänigkeit unter den Lehnsherren und das Gewohnheitsrecht des IUS-Primier Noctis blieben. Dem Ruf folgten deutsche Ansiedler aus den Alpenländern und dem Schwarzwald. Der Wohlstand des Ortes mähte sich durch den Anbau von Korn, Hafer, Kartoffel und Flax die Zucht von Zugoxen und Geflügel, den Handel mit Eiern, Bettfedern und Webwaren aus Leinen und durch Frachtfuhrdienste. Im österreichischen Erbfolgekrieg und im Zweiten Schlesischen Krieg musste das Dorf Schermannitz starke Truppeneinheiten unterbringen. Verpflegen und Kontributionen zahlen. Während des Siebenjährigen Kriegs durchquerten österreichische Truppen den Ort. Als in unmittelbarer Nähe am 21. April 1757 Dekasekunden Gefecht bei Reichenberg zwischen preußischen und österreichischen Truppen um die Vormachtstellung in Böhmen stattfand. Im Jahr 1778 kam Kaiser Josef II. nach Järschmanitz, um Befestigungen am später nach ihm benannten Kaiserstein zu besichtigen. 1834 lebten in den 228 Häusern des Dorfes 1640 Menschen. Im Jahr 1843 hatte das Dorf Herr Schmanitz eine Kirche mit Pfarrer, ein Beinhaus, eine Schule, 30 Bauern, fünf Halbbauern, 53 Gärtler, eine Mühle, ein Wirtshaus, insgesamt 248 Häuser auf einer Fläche von 16 Hektar. In Kohlstadt mit 15 Hektar waren es eine Kapelle und 25 Häuser. Die Lage an einem Pass über das Järschman-Gebirge, der von der Lausitzer Neiße entlang des Grenzwassers und des Bayerbach es zur Mohelka führte, brachte Verdienstmöglichkeiten durch Fuhrdienste und Wandergewerbe. Nach der Aufhebung der Erbuntertänigkeit bildete Järschmanitz, Germanis mit dem Ortsteil Kohlstadt, miliere ab 1850 eine Gemeinde im Gerichtsbezirk Reichenberg bzw. im Bezirk Reichenberg. 1869 lebten in der Gemeinde 1794 Menschen, davon 1603 in Järschmanitz und 191 in Kohlstadt. 1897 erfolgte auf Ersuchen der deutschen Einwohnerschaft unter dem Eindruck der badenischen Sprachverordnung des österreichischen Ministerpräsidenten Kasimir Felix Badeni die Änderung des Ortsnamens in Hermannstal. Im Jahre 1900 hatte die Gemeinde 1336 Einwohner. Der Bevölkerungsrückgang setzte sich fort und bis 1930 war die Einwohnerzahl auf 971 zurückgegangen. Nach dem Münchner Abkommen wurde Hermannstal 1938 dem Deutschen Reich zugeschlagen und Kohlstadt nach Radl umgemeindet. Die Gemeinde gehörte bis 1945 zum Landkreis Reichenberg im Reichsgau-Südetenland. 1939 lebten in Hermannstal 937 Menschen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam das Dorf zurück zur Tschechoslowakei und bildet zusammen mit Miliere eine Gemeinde im Okresliberek Okoli. Am 16. Juni 1945 wurden die Deutschen aus Germanis über die Grenze nach der Oberlausitz vertrieben. 1961 wurde Miliere erneut nach Radlou umgemeindet und Germanis wurde Teil des Okresliberek. 1980 verlor Germanis seine Selbstständigkeit und wurde an die Lohymost angegliedert. Zwischen 1986 und 1992 bildete Germanis dann unter dem Namen Liberek XXXVI Germanis einen Stadtteil von Liberek. Seit 1993 besteht die Gemeinde wieder. Ortsname Die Schreibformen des Ortsnamens in tschechischer oder deutscher Sprache wechseln, ähneln sich aber im Klang. Germanis Germanitz Gerschmens Germanitz U. E. Um 1900 Gerschmanitz. Auf Antrag des Schullehrers Töpper wurde am 7. Juni 1897 von der K. K. Stadthalterei in Prag die Schreibform Hermannstal bewilligt, welcher nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1946 wieder Germanis lautet. Die Herkunft des Ortsnamens liegt im Dunkel der sich überschneidenden Siedlungs- und Sprachgeschichte der Sorben und Tschechen in Nordböhmen, welches durch eine alte Handels- und Heeresstraße von Prag nach Zittau in der Oberlausitz durchquert wurde, Gemeindegliederung. Für die Gemeinde Germanis sind keine Ortsteile ausgewiesen. Grundsiedlungseinheiten sind Germanis und Sibir. Zu Germanis gehören außerdem die Ortslagen Fiebig-Ziskow und Dolnemiliere. Sehenswürdigkeiten Kirche der H. L. Anna erbaut 1811 bis 1816. Berg-Zesarski-Kammen, so genannt seit einem Besuch Kaisers Josef II. im Jahre 1788. Berg-Jawornik von 1899 bis 1945 mit dem Riesenfass ein beliebtes Ausflugsziel. Verkehr. Durch den Ort führt die Bahnstrecke Paduwice-Liberek und die Schnellstraße R35 E442, von der das Dorf über die Abfahrt 31 Germanis zu erreichen ist.